hallo und herzlich willkommen zurück zu dark zones ja es geht weiter wir müssen noch die zweite glocke der entdeckung läuten und ich glaube ich kann den zusammen aus dem läuten machen das ist mir schon vorher aufgefallen, ein bisschen zumindest music machen wir noch eine stufe höher ja und genau dazu gehen wir jetzt hier runter hier kommen jetzt ganz tolle neue gegner lustige köter der eine bleibt direkt beim lagerfeuer hängen ja und die können auch diesen glutungseffekt verursachen bei uns aber da seht ihr die leiste ist viel und ja hat natürlich den gleichen effekt bei uns wie bei den gegnern wir verlieren 30 prozent unserer hp so hier haben wir einen npc deswegen habe ich mir einen schlüssel auch eben gekauft weil diese tür kann man auch mit dem meister schlüssel nicht öffnen man braucht muss man sich man muss sich diesen schlüssel bei dem händler den ich getötet habe für das uchi der tana genau wir haben diesen npc befreit und kriegen hier so ein bisschen zaubererequipment das brauchen wir nicht wirklich ähm außer dem zauberstab der 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 Auch wenn das später zu einem Standardgegner wird. Ich hasse diese Hunde, die weichen einem immer wieder aus. Ah. Wurfmesser sind auch doof. Alles doof. Autsch. Autsch. Oh. Leute. Okay. Müsste jetzt eigentlich noch ein oder zwei Hunde da jetzt noch auftauchen. Müsste noch einer sein. Genau, da kommt er an. Ja. Wie war ich mir immer so blöd aus? Oha. Okay, hier haben wir die Diebesstaatrüstung. Hier war nix mehr drin. Da kriegen wir mal einen ordentlichen Schluck. Ja, wir müssen jetzt eigentlich rechts runter. Da geht's Richtung zweiter Glocke. Aber hier vorne ist jetzt ein Boss. Nämlich der Capra-Dämon. Ah. Komm, lauf, 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 lauf. Genau hier hoch. Genau. Wow. So. Jetzt kann man sich hier erstmal verschanzen. Und sich um die beiden Anhängsel kümmern, die der so mit sich bringt. Und diese tollen Köter hier. Ich hasse die Pest. Der eine muss jetzt erstmal wieder hochlaufen. Oh, mein Haltrank war vielleicht ein bisschen Overkill. So mache ich den Boss eigentlich immer. Weil das Problem für die meisten, die jetzt erstmal hingehen, die versuchen den direkt da unten zu bekämpfen. Aber dann hat man noch die zwei Hunde im Rücken. Okay. Guck mal ja. Ah, super. War ja klar. Puh. Ja. Vor dem muss man sich in Acht nehmen. Der haut ziemlich gut zu mit seinen zwei dicken Schwertern. Die kann man übrigens auch als Stärke, das ist eine Stärkewaffe. Die kann man als Waffe bekommen. Die mit Stärke skaliert. Also für Stärke-Charaktere ist das sogar ein ziemlich gutes Schwert, glaube ich. Und nehmen wir mal einen Haltrank zu uns. Und ja, die werden, also die Viecher werden auch später mal zum Standardgegner. Da, ja. Und hier wirkt der Blutungseffekt von unserem Katana. Wow, jetzt muss ich aber aufpassen. Mal einen Schluck trinken. Vielleicht ist es geschafft. Jawoll. Ja, im ersten Versuch. Ah ne, genau. Man muss den Boss doch machen. Jetzt fällt es mir ein. Nein, doch. Der droppt nämlich diesen Schlüssel. Ohne den kommen wir gar nicht weiter. Also man muss den Boss machen. Vergesst, was ich vorher gesagt habe. Äh, ja. Ist halt wie gesagt schon was her, dass ich das Spiel gespielt habe. Aber, jetzt können wir einwandfrei in die Tiefen. Ich glaube, hier kommt noch ein Költer oder sowas. Ah, ne. Dahinten steht nur ein Badit. Äh, oder so ein Dieb. Hier muss man nur aufpassen, weil hier, ne. Hier steht nämlich noch einer. Äh, wenn man das nicht weiß, hat man den im Rücken hängen. Auch sehr fies. Das sind so wirklich die Gemeinheiten, die dieses Spiel für einen bereithält. Und dann spießen wir auch von hinten. Yay. Okay. Und hier finden wir auch gleich ein sehr wichtiges Item, um unsere Waffen weiter upgraden zu können. Oder um die Waffe vor allem, äh, wenn ihr, also um physische Waffen auf bis zu plus 10 upgraden zu können. Auf bis zu plus 15 geht's. Bei den physischen Upgrades. Bei den anderen Upgrades entweder nur bis plus 5 oder nur bis plus 10. Ähm. Aber bei den physischen bis zu plus 15. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass die physischen Waffen, wenn man eine mit der richtigen Skalierung findet, äh, somit die besten im Spiel sind. Wenn man es auch noch Zauber gibt, die diese entschaden. So, jetzt muss ich aufpassen. Hier kommen nämlich von beiden Seiten Gegner. Äh, ich will nämlich wenigstens noch bis zum nächsten Leuchtfeuer kommen. Na komm, haut zu. Tut's eh nicht. So. Zack. Dann aber durch Sport. Dann gibt's hier noch einen großen Seriencontainer. Ja. Und jetzt kommen wir dann so langsam zu einer der fiesesten Stellen im Spiel. Und dann sehen wir auch bald, warum ich mir den Ring aus dem, äh, Untoten, das ich bin geholt habe. Kann ich mir jedem empfehlen, das auch so zu tun. Macht's einem das Leben später deutlich einfacher. Aber das sind halt, wie gesagt, das sind halt Sachen, die muss man wissen. Das kann man beim ersten Playthrough nicht wissen. Und, äh, ja, da quillt man sich dann schon mal durch so eine oder andere Stelle, durch die eine oder andere Stelle im Spiel durch. Und da hinten ist noch einer. Und da ist noch ein Metzger. Ja. Ja, vor dem muss man da auch aufpassen. Der haut nämlich auch gut zu. Da komm. Ja, mach doch mal den. Dann machen wir nämlich das hier. Und das sogar mehr als einmal. Ja. Und hier finden wir jetzt auch das Item, was ich meinte, was so wichtig ist für die Upgrades. Und jetzt. Komm. Oh, scheiße. Ach, das ist gut. Der darfst du nicht da runter. Die Treppe runterkommt. Wo ist er denn jetzt? Ach, der ist runtergesprungen. Und zack. Ja. Damit ist er tot. Gibt nochmal 1000 Seelen. Hey, 12.000 Seelen. Jetzt müssen wir uns natürlich anstrengen, nicht zu sterben. Hier ist zack. Large Ember. Ja. Damit, das können wir dem Schmied Andrei geben. Und damit sind wir dann in der Lage, unsere Waffen auf bis zu plus 10, äh, abzugraben. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt kann man hier nämlich. Boah. Ich bin ja hängen bleibt dann sowas. Mensch, Mensch, Mensch. Ich hoffe, dass es verbessern wird. Genau. Hier oben steht nämlich noch so ein Typ. Ich hoffe, ich komme jetzt mit dem Feuerball hoch. Damit der nämlich runterkommt. Aber wie gesagt, das ist auch was. Das muss man wissen. Wenn das nicht weiß, hängt der einmal auch im Rücken. Zack. Ja. Jawohl. Und dann nochmal mit, äh, der 2-inch geführten Waffe. Ja, das ist deren Helm. Mein Leinensack. Und die gibt's auch noch mal in den NPC zu befreien. Ja, du bist doch frei. Kill doch. Ja. Ich würde mich jetzt wieder so schwer fühlen. Ich bin in der Linie. Ich hab's nicht gedacht. Danke. Danke. Ich bin Lorenz. Für die Greggs. Ich werde nicht vergessen. Ich werde nicht vergessen. Ja, ihr seht die Ähnlichkeiten in unserer Rüstung. Äh, das ist auch ein Pyromancer. Und, äh, den haben wir jetzt befreit. Und der bringt uns dann neue Plyromantien bei. Wenn wir da neue Plyromantien lernen wollen. Ups. Jetzt wollen wir hier durchspringen. So, ich weiß nicht, ob hier jetzt noch irgendwas kam. Glaube aber nicht. So, und öffnen wir mal hier die Tür und gehen mal runter. In die Kanalisation. Und, ist auch nicht mehr so weit bis zum nächsten Boss. So, ja, hier ist sowas tolles runtergefallen. Der hängt, äh, so Schleim an der Decke. Und der kann einem auch auf den Kopf fallen. Und, äh, das ist nicht so gut. Da lebt man doch einiges an HP bei. Allerdings ist es nicht ganz so schlimm, wie wenn man von diesen Pflanzen da gefressen wird. So, jetzt. Ah ja. Na gut. Jetzt kommt hier dieser Fackelträger an die Ecke, der uns gehört hat. Das kann ich euch auch mal zeigen. Da ich ja eh keine Ringe an habe im Moment. Weil ich noch keine Rufen gefunden habe. Ähm. Hier, diesen rostigen Eisenring. Ja, wenn ich hinten habe, kann ich dem Wasser ganz normal laufen. Das ist sehr praktisch. Ähm. Ähm. Den brauchen wir gleich. Hier jetzt eigentlich noch nicht so dringend. Und jetzt darf ich hier nicht zu schnell durch. Weil hier hängen mehrere von diesen Globs an der Decke. Und ich will nicht, dass da irgendwie einer auf meinem Schädel landet. Habe ich keine Lust drauf. So. So. Na komm. Die halten leider sehr viel aus. Das ist nicht so doof. Und der lädt sich auf. Das ist deren Angriff quasi. Ich lass mal die Ausdauer ein bisschen degenerieren. Okay. Ja. Das kann jetzt ein bisschen dauern, dass ich hier durch die ganzen Viecher schmetze. Oh. Hey. Ich treffe alle drei. Das ist sehr ausdeuertifizient, drei Gegner zu treffen. Er ist auch gerade gestorben. Damit erhöhen wir uns schon. Aua. Witzig. Unser Seelenkonto auf mittlerweile 14.000. Und dann haben wir jetzt hier noch so einen freundlichen Zeitgenossen. Great. Ja. Den Master Key. Den kann man hier brauchen oder halt den Schlüssel zu den Tiefen. So. Und dann ist hier nämlich ein Leuchtfeuer. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich das weiter entzünden soll oder nicht. Aber ich würde mal sagen, ja, weil das doch ein relativ wichtiges ist. Deswegen nehme ich mal kurz einmal Humanity. Allerdings, bevor ich das mache, level ich auf. Weil wenn ich mich zu einem Menschen mache, um das Feuer weiter zu entzünden, kann ja ein Event kommen oder kommt ein Event, wo man quasi von einem gegnerischen NPC, nicht von einem Spieler, sondern von einem NPC invaded wird. Also das heißt, er dringt dann in die eigene Welt ein. Und, ähm, versuche dann zu töten. Und ich würde sagen, wir skillen mal noch, ähm, Stärke brauche ich bis... Ja, muss man mal gucken. Auf jeden Fall nochmal Dexterity. Dann machen wir nochmal ein bisschen mehr Damage. Dann können wir noch... Eigentlich nochmal ein bisschen Vitality. Und Ausdauer skillen. Das sind somit die wichtigsten Stats. Und ein bisschen... Ähm... Ein bisschen, äh, Intelligenz muss ich auch noch skillen. Aber gut. Ähm... Genau. Dann mache ich mich jetzt mal wieder zum Menschen. Es kann sein, dass jetzt, äh, ein gegnerischer NPC eine Invasion startet in unsere Welt. Und dann kehren... Achso. Und dann zünden wir mal das Leuchtfeuerrecht an. Äh... An, weil... Das ist doch, äh... Ja, ein wichtigeres Leuchtfeuer. Und... Und... Ja. Von hier aus kommt man auf jeden Fall gut zu dem... Zum nächsten Boss. So, wie ihr seht, die Blobs an der Decke sind wieder da. Ich geh mal zurück, ich hab keinen Bock gegen den Zombie da zu kämpfen. Ja, vielleicht kommt er auch. Ja, sieht so aus, als würde er durchkommen. Ja, komm. Ein bisschen schneller wäre nett. So. Okay. Ja, guckt euch das an. Eine riesige Ratte. Yay. Oh. Und hier ganz viele kleine. Oh. Oh. Oh, ich will nicht vergiften. Nein. Nein, 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 nein. Ach ne, jetzt bin ich umzingelt. Ich komm nicht mehr raus. Ja. Zum Glück hab ich alle Seelen ausgegeben. Scheiße. Ja, da sollte man damit etwas mehr Bedacht rein. Später... Sorry, das ist noch so... Ja, bei mir sind auch so gewisse Automatismen auch in diesem Spiel drin. Weil das hier ist zum Beispiel eine Stelle, wenn man Menschlichkeit farmen will. Ratten, Tropen, Menschlichkeit. Und wenn ihr Menschlichkeit farmen wollt, ist hier unten in dieser Kanalisation ein sehr guter Ort dafür. Und ja. Und dann geht man halt da hin und später haut man da einfach nur einmal rein. Und dann sind die alle weg. So. Und zwar nicht viele Seelen, aber ich denke mal, die werden wir wieder kriegen. Hey. Aua. Böse Ratten. Keiner hat jetzt was getroppt. Mensch, Mensch, Mensch. So, eine große Axt. Ja, die brauchen wir eigentlich nicht so dringend. So. Wir bahnen uns weiter unseren Weg. Und werden jetzt hier gleich aus der Kiste angesprungen. Genau. Zack. Und dann machen wir eine Sprungattacke nach unten. Aua. So. Ach so, auf jeden Fall alles ziemlich eklig hier in der Kanalisation. Guck dir diese Klumpen dir an. Und es ist einfach nur öhh. Ich glaube, die muss man... Ach, doch, den sollte man glaube ich mitnehmen, den Schlüssel. Und hier ist noch eine Seele. Genau, und dann geht's hier weiter. Gut, und dann würde ich mal sagen, mache ich an dieser Stelle mal einen Cut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part bei Dark Souls wieder. Bis dahin, tschüss.